Es knallte schon zu früh, es ist Mitternacht, frohes neues Jahr 2023. Es knallte, 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 frohes neues Jahr 2023. Es knallt, frohes neues Jahr 2020. Sturmfeuerzeug muss her. Aber so ein bisschen. Mach ich so weiter hier. Ohne Unterbrecherung. Weiter gehts. Weiter gehts. Wir haben hier jetzt eine. Nächste. Nein, es ist das. Wieder. So, fast zum Schluss. Die letzte. Aus dem Sonnenblatt. Die letzte. Aus dem Sonnenblatt. Wir kommen jetzt. Das ist ein Lego Butterfly. Das ist ein Lego- пол. So, jetzt. Ich mache das. So, jetzt. Ein Kuss. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, wir haben jetzt was besseres, ab Überraschung, ich weiß nicht was rauskommt. So, wir haben jetzt ein bisschen was rauskommt, wir haben jetzt ein bisschen was rauskommt. Leute, jetzt habt ihr ja ein Glück, jetzt kommt der Noisemaker. Von Nigu. Jetzt kommt Summer Jam. Da steht das 8 Meter eigentlich, Abstand halten muss. Da steht das 8 Meter. Das war also Summer Jam. So, jetzt haben wir hier Veku Attila. Da steht er. Ladies and Gentlemen, wir kommen hier zur Magic Show. Kommi. 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 Ich musste auf jeden Fall die Satz schnurren nehmen. Das soll alles gewesen sein. Und? Nichts mehr? Anscheinend nichts mehr. Das war aber wenig. Jetzt kommt Komet. Age of Light. Und ich sehe schon, ich muss Sturmfeuerzeug ran. Bei Age of Light. Und ich sehe schon. 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 Ich habe auch ein schönes Sprichnetter aufgeschrieben, ich bin gespannt, was passiert. Ging aber schnell, bumm. Zum Abschluss hier macht er jetzt die Sternschnuppe von Nico. Gab es ja auch im 2019 schon. Voller. Man kann die Klingel ausprobieren. Da kann ich jetzt nicht unbedingt eine Vorteile. Huht, ich kann es nicht wieder anfangen. So, inzwischen ist es 2 Uhr. Ich hoffe ihr seid noch da. Wir haben jetzt hier Wego Airaption. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nur, das soll funktionieren. Es folgt jetzt Starflyer aus dem Penny. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Jetzt geht es zum Abschluss Lesslie. Und zwar dem bösen Schiff. Und damit sage ich mal, bitte like das Video, lasst ein Abo da. Wir sehen uns demnächst. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht.